Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy VIII mit mir ist Jetman. Wie die Soundkulisse schon eindeutet, nähern wir uns einem schweren Kampf. Hinten schauen wir doch mal, dass wir uns der Schlacht stellen. Was soll das? Ich wollte doch nur meine alte Schule besuchen. Schnauze. Du bist hier um unsere Mama zu töten? Dank man so seiner Mutter. Reinauer, du willst gegen mich kämpfen? Vor ein Jahr warst du. Hör auf. Hey Hasenfuß, wir hatten viel Spaß, was? Jetzt schauen wir doch mal, wer hier der Hasenfuß ist. Es wird dir nicht gelingen, unsere Gefühle umzuwühlen. Für uns bist du ein Nichts. Du bist nur der Feind. Wir hören dein Gelaber nicht. Für uns bist du nur ein gewöhnliches Monster. Ein Monster? Ich bin der Ritter der Hexeidea. Eine Horde von Monstern. Das seid ihr. Dann schauen wir doch mal, was er kann. Outsch. Outsch. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Spüre die Macht des Sextenritters. Bis zum nächsten Mal. 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 Gemeinheit. Bis zum nächsten Mal. 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 Schade. Dann hat er wohl gegen Tod ausreichend Resistenzen. 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 gib es endlich auf, sonst verliere ich gegen dich. Keine Erfahrung, 8 Megapotions, 20 Erfahrungspunkte, Servus, Versager. Geht es hier runter zum Hörsaal? Ihr habt gegen unsere Mama keine Chance. Okay. Theoretisch müsste man doch auf ein Save Point ein Zelt nutzen können, ganz genau. Ja. Und das ist, glaube ich, ein ganz guter Punkt für einen Cut. Okay. Okay.